... Hello, hello! Good morning! Good vibes lang po tayo, mga kapitbahay! Happy Sunday po! 10.30 po ng umaga! It's rainy day! Kahapon pa po! Ito lang po, chismosa niyong kapitbahay! Samahin niyo po akong mag-almusal! Ayan! Hindi po ba? Bakit ayaw man? Ayan! Hindi ko man na! Di po ba? Parang di po marinig kung ano po. At kinag ako dito, Kibitag! Ayan si Bitag, pinapanood ko po. Ayan! Si Chachas! It's pouring! Hindi na nalo ng chika! Siya! Ano niyo! Di porpo eh! Hawa kong baraha! Samahin niyo po kumain! Ayan! Egg sandwich! At kaping malamig! Ayan! Nasawsaw sa kapi! Ganina! Ayan! Good best lang po ah! Sama niyo po mag-almusal! Ang kinain po nitong kasama ko eh tuna sandwich! Ito po, egg sandwich po sa akin! Hanggang ngayon, hindi ko parang maubos-ubos! Taga napakatismos ako talaga! Di po ba? Ja. Und, äh, ich bin schön, und das ist alles gut, und das ist eine lebende Legende. Kannst du, und von der Klassiker als langjährige Erfahrung mit, die jedem sein würde wohl nicht vertraut sind? Wenn wir jetzt hier was anderes machen, dann gibt es das Schuss dahinten. Hm. Shoutout, po, happy Sunday, po, que se rapitul, po, que bita, que serventul, po, ahah, 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 di po ba, at si Sir Basel, Hangusilian, Wanderer, ayan, at si Catecram, si Ramil, si Sir Ramil, Catecram, kamusta na po kayo, shoutout po, ayan, dali na po kay Sir Rapitul, po, ayan, umihingi ako ng tulong ko, tulong po kay Sir Rapitul, und finanziell. Ja, der schönste ist, ein Glas. Und du musst dich an dieser Kasse mal mit einem Schnellform. Ich schau, jetzt hast du was kurz. Du stehst da mal rein. Dann schnäst du dir ein Schmälchen. Dann zweitisch mit der Schmälchen. Und dann halt die es mir. Und dann ist der Papst. Ich auch auf Schmälchen. Der Schmälchen. Aber der Schmälchen ist wichtig. Ich habe es eben so, dass du hier jetzt da voll isst. Das ist dann einfach so, dass du diesen Geschmack spürst und das genießt und wenn es dann sitzt, dann reißt dich auch den nächsten Tag und jede andere noch besser. Was ist denn da? Es ist genießt. Nach so vielen Jahren in der Steinküche sitzt ein Hans Haas jeder Hand dreht und jedes Gericht perfekt. Bei 18 Stunden und rund 100 Minuten vor Abend braucht man auch ein angespieltes Team in der Küche. Der Hans Haas ist ein alter Fuchs in der Kopfkartner. Also wir wollen nicht, dass ich hier einmal eine Teilnahme absteigen. Aber es gibt auch viel zu lernen, weil der Mensch bei der Persönlichkeit ist. Am Haas ist Koch mit Leib und Seele und steht auch gerne zwei Spülken beim Antischockgeschneiden. Oder am Fleisch zu liegen. Und jetzt habe ich gesagt, wenn du aus dieser Ausmacht von der Mannschaft auch nimmst, wo kannst du eigentlich gerne auch nachziehen. Hier haben wir schon einen Ansthet. Hier haben wir schon einen Ansthet. Ich hab jetzt ein Ansthet. Und dann habe ich schon eine Ansthet. Aber es gibt, wenn du aus der Handbräne, Das ist eine Ansthet. Also, ich habe da die Entste, die sich in der Handbräne. Es heißt, dass das ein Ansthet. Das ist ein Ansthet. Und dann noch eine Klamotis. Und dann noch eine Klamotis. Hier ist es auch ein Gurken. Das ist ein Pepino. Und dann noch eine Herbs. Hier ist es. Hier ist es auch eine Herbs. Hämmer angenommen. Hier ist ein Klamotis. Hier ist es ein Klamotis. Wie kann man das? Das ist ein Klamotis. Wir sind ein Klamotis. Aber wegen der Klamotis älter. Ein Klamotis. Hier sind wir die Klamotis. Dort haben wir sie zurück. Ein Motorradbohrf. Eine Klamotis mit einer Klamotis. Vielen Dank. 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 Umamela po, wala, tag-ulan po kasi, ilang araw lang umaraw, tapos nag-ulan na naman. Kaya, ang, ano, walang bulaklak. Ang pechay ko po, malapit ng harvest, malapit ng pumputulin. Kasi, yung dahon na lumalabas sa kanya, hindi na po pechay. Ibang klase na po. Ayan, tapos, ayan, maulan na rainy days. Ayan, maulan na rainy days, maulan na sunny day. Ay, sunday, maulan na sunday. Ayan po. Hindi po ba? Oo. Ang pusa ako, o. Lumabas na rin. Ayan po. Teka, ha. Saan natin yung papestos? Sambati po. Good morning, baby girl tiger. O, hindi po ba? Wala po kung may joss. Kaya, medyo nilalamig na. Ayan, nagising na rin po siya. Dito ba? Ayan. Hindi yan po ang gusto-gusto niya. Pag lumabas po ako rito. Yung, ayan. Susukla yan po siya. Kakamutan siya. O, pata mo nawagula ka. Ayan. Patabak yung buhuk po niya. Patabak. Sa. Patabak sa lupa. Sa laman. O, ma'alisi. Ta-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ta-la-la-la-la-la-la-la-la. Ha? Shazzini. Nilalamig na ako. Shazzini. Nilalamig na ako. Papasok na ako sa loob. Ha? Tapos na? Tapos ka ng... Ano, ano. Ha? 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 ja und ja und ja im ja ja und ja ich hatte das das haben Kanikik. Gehertang. Haa? Schatzelie? Haa? Okay. Ayan. Mag-ipon tayo ng buhok mo, Schatzelie. Haa? Gawin nating ulan mo. Ang buhok mo. Haa? Ayan. Ayan. June 6 ngayon. O, umpisa natin mag-ipon ng buhok mo para gawin mong ulan. O, deal? Deal tayo, Schatzelie? You are my sunshine, you are my sunshine, you made me happy. Dito na alam kung ano kasunod. Girls like you. Baby girls like you. Baby girls like you. Farrah. La-la-la. 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 Baby girls like you. La-la-la. La-la-la. Tapos na? Ayan, gagawin natin unan ang buhok niya. Tignan natin, hanggang kailan tayo makakaipon ng unan ng buhok ng pusa. Ayan, baby girl. Baby girl, hindi pa tapos. Ayan. O, 4 minutes nila nga. Tapos na. 4 minutes nila. Tapos, nakita ang sukla yan. Nilalamig na ako rito. Ayan. Ikaw mama Mal magingibigin, mapakailangan at naging tuha'y maiklit aking hirang kailangan asahan lalong bumabagyo kumakanta si mami tismos ang kapitbahay ayan good vibes lang po tayo happy sunday po good vibes good vibes lang ayan hindi po ba ayan okay na ano na 1045 in the morning happy rainy sunday good vibes ito lang po ang tismosan yung kapitbahay ayan tapos na po ayan ayun na yung pusa natin lumabas na kahit ang ulan ganyan po yan kahit na nag-i-snow o hindi po ba happy sunday po good vibes po ito po ang tismosan yung kapitbahay morning morning pahit n n n n n n Vielen Dank.